Ja, leider hat die Kamera hier mein Intro nicht aufgenommen und mein ganzes Anfangsgelaber. Darum machen wir das hier jetzt einfach nochmal. Wundert euch nicht, wundert euch nicht über das Tuch da hinten in der Ecke, hängen private Bilder drunter. Ich stelle euch heute mal was vor, und zwar die neuen Revo-Pfeile. Hier, kleiner Scherz am Rande. Hier sind Pfeile aus dem 3D-Drucker. Wir wollen mal gucken, was aus dem 3D-Drucker alles machbar ist. Ich habe das schon mit der Stinger mehrfach gemacht. Sehr, sehr viele verschiedene Spitzen getestet. Sehr viele Varianten, auch Spitzen, die ihr in zukünftigen Videos sehen werdet, die ihr so noch nicht kennt. Definitiv nicht. Das ist was komplett Neues, was euch flashen wird. Bei der Revo ein bisschen kniffliger, wegen der speziellen Nocke. Ansonsten eigentlich alles ganz easy. 3D-gedruckte Spitze, 3D-gedruckter Schaft, Nocke 3D-gedruckt, Wains 3D-gedruckt und Metallinsert. Ich zeige euch gleich noch die Einzelteile. Ich zeige euch, wie ich es gewogen habe und was die Pfeile am Ende wiegen. Und im Anschluss schießen wir die Dinger nochmal. Das sind bei Weib nicht so gute Ergebnisse, wie ich mit der Stinger hatte. Allerdings genau so, wie ich es erwartet habe. Weil ihr müsst überlegen, Nocke hat einen 3D-gedruckten Pin hier rein. Das ist natürlich nicht stabil. Spitze, 3D-gedruckter Pin hier rein. Natürlich auch nicht stabil. Aber lasst euch überraschen von den Schüssen. Ich habe nur 3 Schuss gemacht. Ist nicht schlecht. Sieht ganz cool aus. Die Farbgebung. Und wir werden das in Zukunft definitiv noch mit höherwertigeren Materialien machen. Aber so viel es geht aus dem 3D-Drucker. Denn man kann viel aus dem 3D-Drucker machen. Und es funktioniert auch. Klar werden die niemals, niemals an Carbon rankommen. An Carbon-Pfeile oder an richtig, richtig hochwertige Pfeile. Aber Not macht erfinderisch. Und die sind brauchbar. Also sie fliegen. Bei der Stinger habe ich inzwischen den Dreh komplett raus. Da habe ich auch Pfeile, die auf 20, 25 Meter echt noch sehr gut fliegen. Wie gesagt, kein Vergleich zu Carbon-Pfeilen. Aber sie fliegen, sie treffen. Und sie können Schaden anrichten. Deshalb immer mit Vorsicht genießen. Wenn ihr es daheim austestet, bitte Schutzbrille auf. Ich hatte ja auch eine Schutzbrille auf. Seht ihr leider nicht, weil die Kamera nicht aufgenommen hat. Aber wenn die Dinger in der Armbrust, und das mir bei der Stinger oft passiert, zerfetzt werden, dann kann das Böse enden. So. Like und Abo nicht vergessen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss. Und, bevor ich es vergesse, wie im letzten, in einem der letzten Videos schon erwähnt, sind viele Anfragen gekommen bezüglich der MP5K-Griffe. Die haben wir jetzt. Die sind im Shop. In allen Farben natürlich sind klein. Hier seht ihr mal. Aber, nehmen wir vielleicht eine andere Farbe her. So. Sind klein, aber extrem handlich. Ich liebe die Dinger. Wenn ihr mein erstes Video schaut, da ging es um die DFP, mein zweites Video, glaube ich, dann seht ihr, dass das Ding auch schon verbaut ist. Ich schieße mit diesem Griff schon seit Ewigkeiten. Seit sehr, sehr langer Zeit. Und ich liebe ihn. Ich liebe ihn absolut. Geschmackssache. Wenn ihr riesen Hände habt, lasst die Finger davon. Normale Hände, sehr gut. Ihr greift im Prinzip mit den ersten drei Fingern. Und ihr habt ein extrem gutes Handling. Es ist klein, kompakt. Ich liebe das Ding. So. Viel Spaß. Wir wiegen jetzt mal einfach die Einzelteile. Also hier haben wir 0,4 bei den Reigns. Dann haben wir den Schaft an sich mit 2,2. So. Das Insert, das Gewicht, 5,5. Dann haben wir die Spitze mit 0,9. Und 0,5 bei der Nocke. Wir haben bei den fertigen Pfeilen eigentlich stabile Gewichte. Jetzt gucken wir erst mal. Ich habe hier Vergleichswerte. Und zwar einmal der Pfeil mit den mechanischen Klingen von Goghan. Da sind wir bei 8,8. Wir haben die Rebo 7 Übungspfeile. Die sind bei 9,0. Die sind bei mir eigentlich alle sehr stabil bei 9,0 und 9,1. Dann nehmen wir jetzt mal die 3D gedruckten Teile hier. Wie gesagt, nicht schön, aber selten. Und wir haben stabile 7, 9,6 und 9,7. Nehmen wir den nächsten. Dann sind wir bei 9,7. Also es ist ein gutes Gewicht. Wir haben auf jeden Fall mehr Gewicht als bei den Rebo Pfeilen hier. Natürlich nicht ausbalanciert. Die Spitze ist bei den 3D gedruckten aktuell definitiv leichter. Aber das lässt sich auch nicht vermeiden, wenn wir damit experimentieren wollen. Und durch das Insert haben wir das Gewicht einfach relativ mittig tatsächlich. Gucken wir mal, ist das das Falsche? Nehmen wir das nochmal. Ja, dasselbe Gewicht. So. Den dann zusammensetzen. Einfach Metallinsert rein. So, dann sind wir bei 9,0. Sind bei 9,4. Und dann kommt noch ein bisschen Kleber dazu. Das heißt, da werden wir auch auf 9,7, 9,6, 9,7 kommen. Das ist ein super Gewicht. Nicht optimal ausbalanciert. Aber wir werden gleich sehen, ob die Dinger fliegen. Ob sie beim ersten Schuss kaputt gehen. Oder ob sie das Ganze überleben. Ich baue den Kollegen hier jetzt einmal richtig zusammen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir packen einen normalen Rebo-Pfeil mit rein. Das ist unser erster Schuss. Danach kommt der mit den kleinen Waynes. Und dann kommen die beiden mit den großen Waynes. Das ist einfach unser Referenzpfeil. Damit wir sehen, ich werde immer gleich anhalten. Damit wir sehen, wo die hinfliegen. Vier Pfeile geladen. Alles klar. Fangen wir an. Das ist der normale Pfeil. Referenzpfeil. Okay. Freigegeben. So, kurzer Cut. Bevor wir den Pfeil schießen. Safety first. Denn alles experimentell. Hier kann jetzt tatsächlich alles passieren. Safety first. Und wir versuchen es. Sicherung raus. Und let's go. So. Ja. Eingeschlagen. Auch der freigegeben. Oh, die zerfetzt. Und den letzten. Die schlagen gut ein. Schauen wir uns den Spaß mal an. So, vorab. Ich wollte jetzt hier einfach mal gucken, was können diese 3D gedruckten Teile ab. Was mir klar war, Nocke und Spitze sind mit kleinen Pins im Pfeil verklebt. Das heißt, mir war klar, dass die definitiv abbrechen. Mich wundert es, dass der da oben noch ganz ist. Zeige ich euch gleich. Ich habe einige Rebo-Pfeile mit Absicht zerschrottet, um an die Insels zu kommen. An die Spitzen. An die Nocken. Es ist ein Mordsaufwand, die Dinger auseinander zu friemeln. Und auseinander zu bauen. Denn die Teile sind unfassbar krass verklebt. Also wirklich unfassbar gut. Spricht für Qualität. Das werden wir natürlich auch mit einem 3D gedruckten Schaft und 3D gedruckten Wains nochmal versuchen. Mit Original-Nocke. Ist logisch, wir brauchen die Alu-Nocke bei so viel Power. Und festen Spitzen. Allerdings werde ich dann natürlich auch die 3D gedruckten Spitzen mit Gewichten testen. Die haben dann allerdings auch einen Metallpin als Befestigung. Das werden wir auf jeden Fall testen. Jetzt gucken wir hier mal. Also das hier Referenz-Pfeil, der brauchen wir nicht sagen. Das ist der Rebo-Pfeil. Er hier ist hier eingeschlagen. Also einer ist quer durchs Wohnzimmer. Der ist irgendwo abgeprallt, ich denke tatsächlich hier. Nocke fest. Nocke fest, Wains fest. Man muss dazu sagen, sie sind alle aufs Ziel. Und ich denke, ich habe hier schon eine relativ dicke Klebebandschicht drauf, dass das auch noch Mordsprobleme gemacht hat. Hier sieht man, hier sieht man, jetzt gehen meine Katzen ab, aber die sind ausgesperrt. Hier sieht man Spitze abgebrochen, Rest intakt. Er ist hier eingedrungen, hier oben wieder raus. Nocke ab, Spitze, Bombenfest dran, Wains dran. Schießt man das jetzt auf weicheres Material, dann sollte der Schaden machen. Sind auch alle problemlos rausgekommen, aus der Armbrust, habt ihr ja gesehen. Jetzt ziehen wir den hier noch raus. Und der war gut tief drin. Na ja, leicht verbogen. Könnte man durch das Metallinsert wieder gerade biegen. Nicht hundertprozentig gerade, aber brauchbar. Auch nur die Nocke ab, Spitze weiterhin dran. Wains dran. Und der war tatsächlich relativ dick oder tief drin. Der war recht tief drin. Ich habe hinten auch die Gummimatte. In beiden. Das heißt, er ist eingedrungen in den hinteren Schießsack und hinten an der Gummimatte gestoppt worden. Wains, stabil. Spitze stabil. Also auch aus dem 3D-Drucker. Können die Dinger doch gut Schaden anrichten. Das war jetzt der Feldversuch. Ihr wart dabei bei meinen ersten drei Rebo-Pfeilen, die aus dem 3D-Drucker kommen. Und da wird noch mehr kommen. Mit der Stinger habe ich schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Die Rebo steht jetzt am Anfang der Experimentierfreudigkeit. Danke fürs Einschalten.